Also der dritte Teil war dann das Plattensystem mit den Einlegeblättern und die Bindung. Also was ganz wichtig ist, was auch viele wahrscheinlich nicht wissen, ist einmal das erste, die Platte montieren und am besten ist, man montiert die Platte vor dem Schleifen, weil wenn man die Platte montiert, nimmt man einen Schraubenzieher oder mit einer Akku-Bohrmaschine oder einer Bohrmaschine, werden die festgezogen und richtig festgezogen dann und im letzten Drehmoment dann wird meistens dann der Belag hol, weil der natürlich anzieht. Und deswegen ist es besser, wenn man die Platte vorher montiert und dann erst schleift. Da habe ich schon einige geschehen und die muss man dann nochmal schleifen und das ist scheiße. Erstens geht es schwer raus und zweitens ist doppelte Arbeit. Dann hat man die Sprengung. Die Sprengung kann man regulieren mit den Blättern. Da hat jede Firma eigentlich die Rolle, Atomic, was es halt alles gibt, hat jeder die eigenen Blätter und da gibt es von einem Millimeter bis drei, vier Millimeter starke Platten. Da misst man dann, so wie den habe ich jetzt schon montiert und das gängigste ist eigentlich im Weltcup waren eigentlich so zwei Millimeter Sprengung. Also das heißt vorne niedriger, hinten höher. Das ist aber sehr gefinkelt, weil manche Lifer reagieren anders. Also da braucht es weniger, da braucht es mehr. Zum Beispiel ein Schild Malis mit der, die war im Flachen aber ziemlich langsam, eigentlich extrem langsam. Die hat oft im Flachteil auf, sagen wir mal, auf 20, 25 Sekunden eine Sekunde gekriegt. Und im Steilen war sie eineinhalb Sekunden schneller und dann haben wir irgendwann einmal gesagt, das kann es nicht sein, irgendwas müssen wir machen. Dann sind mein Bruder und ich haben ziemlich viel trainiert und getestet mit ihr. Dann sind wir draufgekommen, wir haben dann eine Nuller Sprengung gehabt. Zuerst haben wir zwei Millimeter gehabt. Das heißt, wenn du vorne aufgehst, kriegst du mehr Schaufeldruck. Wenn du morgen oben vorne höher bist, kriegst du mehr Druck. Jetzt sind wir dann vorne aufgefahren, also haben wir eine Nuller Sprengung gehabt und dann war sie auf einmal im Flachen auch schnell. Sie hat zwar im Steilen ein bisschen verloren, aber sie hat im Flachen viel aufgeholt, was sie eigentlich sonst im Flachen nicht mehr aufgehalten hat. Und das sind eben so Aktionen, was du halt mit jedem Lifer raus testen musst. So präpariert man profimäßig einen Ski. Also, ich würde euch halt raten, dass man zum Üben alte Ski nimmt, weil das gefährlich ist. Wenn man da mal Schläge reinbringt, bringt man es fast nicht mehr raus. Und ganz wichtig ist, dass man das richtige Material hat. Eben, wie ich zuerst schon gesagt habe, der Winkel ist sehr wichtig, dass der passt, dass da nichts nachgibt. Das Seitenhobelgerät ist ganz simpel eigentlich. Da gibt es viel kompliziertere, sind aber bei Weitem nicht so gut wie der. Dann ist der Diamant noch grün. Das reicht vollkommen aus. Also das ist der, der am wenigsten scharf ist. Und dann gibt es noch das Schmirgelpapier, dann nehme ich aber 500er her und die Bodenpfeile. Also das war eigentlich profimäßig Ski herrisch.